MUNDWE-Crew heute live am Chiemsee Summer auf der Hauptbühne werden den ganzen Festivaltag hier heute am Freitag eröffnen. Wir sind live dabei für euch und haben auch später noch ein Interview mit den Jungs. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Auftritt und rockt das Ding. Ja, hallo MUNDWE-Crew, frisch von der Bühne zu uns ins Interview. Wie war euer Auftritt? Wahnsinn. Phänomenal. Ich habe mir nichts so das nicht erwartet, aber das ist irgendwie immer so hier. Also es ist jedes Mal irgendwie, man wird irgendwie überrascht. So, das ist das erste Mal, dass man auf der Riesenbühne spielen darf, was mega geil ist. Wie man heute schon gesagt hat, dass ich auf der Bühne so der Traum irgendwie so von der kleinsten Bühne hier, von dem Open Decks über Zelt dann auf die Große jetzt. Wir haben uns da hochgeschlafen. Nee, es ist halt einfach geil, wenn du merkst, das war ja nicht so, dass irgendwie Leute da waren, die dann irgendwie, also es war nicht alles voll oder so, aber die Leute, die da waren, waren einfach einfach dabei. Die haben alles mitgemacht, die waren voll am Starten. Das ist das, was einen dann irgendwie happy macht. Man merkt, die Leute singen mit, können ein paar Texte, sind immer dabei und das ist geil. Ja, es war halt auch für die Leute eine krasse Nummer, weil es war wirklich heiß und wir haben es schon von der Bühne aus, wir waren wenigstens im Schatten, aber die Leute standen in der Sonne unten und ja, Respekt, Danke an alle so. War echt fette. Ja, wie habt ihr so selbst die Entwicklung wahrgenommen, eben wie du sagtest, Open Decks über die kleinere Bühne jetzt Hauptbühne plötzlich. Was ist, ob du das für nächstes Jahr angesagt? Weiß ich nicht. Also wir werden sicher nächstes Jahr auch wieder viel spielen. Ob dann am Kimsey-Sommer, das steht noch in den Sternen. Aber klar, die Entwicklung war schon geil. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, hier gespielt im Zelt. Das war ein cooler Gig. Das war ein Abriss, so. Volles Zelt. Und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Mainstage. War für uns halt auch absolut neue Erfahrungen. Und ja, macht Spaß. Bühnen-Sound ist einfach, du stehst da oben und es pumpt einfach überall. Und du hast Bock zu rappen und die Leute hatten scheinbar Bock und von daher alles cool. Und darfst dich auch nicht beschweren, das Schöne ist eigentlich, sonst pissst du immer hier. Aber es ist halt so heiß, dass das Schöne wird auch nicht geil. Also es wird nicht geil ist einfach. Aber naja. Ach, ich komme damit klar. Ja, ich nicht. Ich schwitze mir einen Arsch ab, Alter. Wenn die Duschen auch nur heiß gehen. Ja, ja, das ist echt bitter. Das ist eine Ice-Bucket-Challenge. Ja, ihr habt ja jetzt schon relativ viele Festival-Gigs diesen Sommer hinter euch. Was war so das geilste Erlebnis, vielleicht außer heute, wenn heute das geilste war? Also heute war es sicher ein Highlight, klar. Auf jeden Fall. Wir spielen daheim. Es ist auch für uns der Abschluss von der Festival-Season heute. Und es gab einige coole Highlights. So querbeet. Wir waren auf allen möglichen Festivals. Und da waren kleine Sachen dabei, die super schön waren. Und auch größere Bühnen, wo es gut abging und coole Konzerte waren. Es ist immer voll schwierig zu sagen, was so der Favorite war. Weil überall ja irgendwie Energie und Emotionen dahinter sind. Und überall irgendwie die Festivals. Es gibt so schöne Festivals, die so cool organisiert sind. Die Leute so mega nett sind. Und dann einmal war das echt das, ich glaube, pumpen ließ das Festival. Und es hat dann genau, wenn wir gespielt haben, mega Wetter losgegangen. Alles verschoben nach hinten so. Und das ist halt auch voll schade für die Veranstalter. Das ist halt einfach, und da war das organisatorische Ding, das war der Hammer. Es ist immer so, ich finde, das kann man immer nur nach Auftritt, kann man das immer gar nicht so beurteilen. Sondern das ist irgendwie so alles zusammen irgendwie, das dann zusammenspielt. Das ist eigentlich dann echt einfach schöne Festivals dann sind. Vielen Dank. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir sind gleich schon für eine Akkürung auf die Gegend. Okay, ich weiß, das verstehe ich vor. So, ich hoffe, euch da hinten geht es auch gut. Wir sind in die Montpelkron, wir haben jetzt ein bisschen Bock, mit euch abzubrocken. Was seid ihr dabei? Hier zusammen. Genau. Wir haben ein bisschen Reggae dabei. Wir sind von hier, wie die es nicht wissen. Wir kommen hier aus der Gegend. Und das war früher mal das Q2 Reggae-Summer. Wir haben hier ein bisschen Reggae im Gepäck. Also viel Spaß mit. Wann kommt so bei euch irgendwie mal ein neues Album? Könnt ihr da irgendwie irgendwas verraten? Es kommt schon irgendwann. Also hey, wir machen schon. Wir haben jetzt ein bisschen, ja, es war ein bisschen chaotisch jetzt im Sommer auch. So mit teilweise Bandumstellung und neuen Musiker. Viel live halt auch. Und jetzt geht es aber im Herbst wieder los mit Studio. Und also definitiv nächstes Jahr. Definitiv. Perfekt. Wie schreibt ihr eure Songs? Schreibt ihr, schreibt ihr euch dann im Studio ein und schreibt dann oder passiert das unterwegs spontan oder wie macht ihr das? Also so Songs schreiben würde ich jetzt also, die produzieren natürlich im Studio. Und so, ich glaube, dass da jeder seine eigene Art irgendwie hat so Eindrücke sammeln. Das ist wie ganz wichtig einfach. Und dann sich daheim hinsetzen und schreiben oder auch irgendwo hinsetzen und schreiben. Ich glaube, dass da so das Rezept hat, glaube ich, keiner. Also ich weiß, ich habe kein Rezept dafür. Ich mache es, wenn ich Bock habe, mache ich es. Und wenn ich gerade eine Idee habe, dann ist es egal, wo ich bin. Ob ich jetzt da im Auto sitze oder ob ich da daheim sitze oder draußen. Eigentlich wurscht. Ja, bei mir ist es ähnlich. Oft abends im Bett, wenn ich so vor dem Einschlafen, dann kommt oft viel nochmal so. Wo ich dann auch nochmal das Licht anmache und dann zum Schreiben anfange. Du brauchst halt irgendwie auch oft Input. Und wenn der Tag irgendwie krass war und irgendwie viel Neues war oder was auch immer, wenn man unterwegs war irgendwo länger, dann hat sich das alles ein bisschen gesetzt hat. Danach, danach kommt dann auch so, dass kommen die Vocals irgendwie in den Kopf. Die Ideen. Schreibt dir dann erst, steht die Musik als erstes und du schreibst einen Text drüber oder ihr schreibt einen Text drüber oder andersrum? Unterschiedlich. Es ist echt unterschiedlich. So manchmal, keine Ahnung, bei mir ist es zumindest so. Also manchmal ist es ja, hast du eine Idee, wo du sagst, hey, das wäre ein cooles Thema, das ist vielleicht auch ein cooles Keyword irgendwie, wo man was drüber umbauen kann. Oder das ist einfach ein Thema, ein Text, wo du mal was loswerden willst. Manchmal hast du halt einen Beat und sagst halt, boah, den Beat müssen wir noch ausbauen. Und genau auf das Ding muss was passieren. Es ist schon öfters, dass der Beat dich einfach voll flasht. Also bei mir oft eigentlich so. Aber es stimmt schon, im Prinzip. Das sind wirklich, zum Songwett brauchst du einen Beat und einen Text. Und wenn du Ideen hast davor, da hast du Ideen auch beim Beatsbauen, wenn du Musik machst, hast du ja auch davor eine Melodie im Kopf oder so oft und dann versuchst, die irgendwie da in dein Schema da reinzubauen und daraus halt einfach einen geilen Beat zu produzieren. Ich glaube, dass das immer so ein Hin und Her ist. So ein wirklicher Rezept haben wir da eigentlich nicht, glaube ich. Ja, ihr habt, glaube ich, vor zwei Jahren hatte ich schon mal ein Interview mit euch. Da habt ihr irgendwas von der Russland-Tour erzählt. Und das ist ziemlich verrückter. Da steht bald wieder so etwas Verrücktes an. Wir hoffen. Aber wir wissen nur nichts davon. Das wird sich dann zeigen, wenn das neue Album kommt. Okay. Was dann da so kommt. Dann, ja, wir unterstützen ja von der Mammut, wir unterstützen Newcomer-Musiker. Habt ihr irgendwelche Tipps für Newcomer oder für gerade Bands, die ganz am Anfang sind? Sollen die eher rausgehen, direkt live spielen, so viel wie möglich oder erst das im Proberaum perfektionieren und dann sich rauswagen? Ja, also Proben natürlich. Klar, ohne Proben geht nichts. Viel Proben. Und seinen Sound finden, glaube ich, ist wichtig. Nicht irgendwie groß kopieren, sondern wirklich für sich versuchen zu checken, was ist der Sound, den ich fühle und was kann ich auch selber abfeiern. Weil es ja auch wichtig dann für die Leute. Ich meine, es ist ja immer was, was überschwappt vom Feeling, von Bühne zum Publikum. Und wenn du einen Sound machst, den du selber nicht fühlst, dann wie willst du es rüberbringen? Und von daher, das ist, glaube ich, so das Ding, was jeder für sich finden muss. Und dann live, live, live spielen, so viel wie geht. Wichtiges Tipp ist, glaube ich, zu sagen, hey, bei dir sind Platten kein Geld mehr verdienen heutzutage. Außer du bist mega der Star, nicht mehr da wahrscheinlich. Aber deswegen ist das Einzige, wo du irgendwie dich weiterentwickeln kannst, weil zum Weiterentwickeln brauchst du einfach Geld, dass du neues Equipment kaufen kannst, dass du vielleicht auch mal hier und da mit der Band vielleicht mal eine Platte aufnehmen kannst, wo soll das Geld herkommen, wenn nicht da irgendwie, dann musst du live spielen einfach. Ich glaube, das ist auch, wenn du als Musiker nicht gerne live spielst, dann ist das einfach schwierig, glaube ich. Es ist auch, es gibt ein gutes Beispiel von uns jetzt, von vor kurzem. Wir waren in Frankreich, in Cannes haben wir gespielt, auf einem Festival. Und wir wurden da von der deutschen Agentur in Hamburg gebucht. Und letztendlich hat uns ein kleiner Minigig vor 50 Leuten in München dazu gebracht. Das dann über ein paar Ecken so ging, von den Leuten, die uns dann da, also von einer anderen Show vom BR im Fernsehen gesehen haben und dann irgendwie eine Connection nach München hatten. Und da war dann jemand da, der uns zufällig in der Glocke gesehen hat, wo wir da gespielt haben. Und der hat uns dann mit weiter empfohlen und dann war die Sache klar. Und dann sind wir nach Frankreich, was jetzt auf jeden Fall für eine deutsche Rap-Band in unserem Stadium nicht so Standard ist unbedingt. Voll, es ist einfach so ein Zeichen, dass es keine unwichtigen Gigs gibt. Gigs gibt, egal wo, egal wie. Es ist immer, jeder Gig ist wichtig und auch wenn bloß Zehnhandeln dastehen, ist scheißegal. Feier, mach Party und verbreite deine Musik und deinen Spirit irgendwie. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der Musik. Die Show in Cannes war sicher so geil wie die Show heute. Deswegen danke, dass wir mitschneiden durften. Dann hätte ich gesagt, schauen wir jetzt mal rein. Und ja, danke für das Interview und genießt noch irgendwie den Tag und Backstage-Zeug. Ich bin im Haus, ich komm ans Mikrofon und weiß, sie hebt die Arme jetzt drauf. Ja, Freestyle-Shed heute diesen Nachmittag. Ich bin der Typ und ich weiß, du hast den Satz verraten. Ich hab zum Satz bei der Kamera halt wie immer dicker. Alles ist so gut, denn ich liebe diesen Summer-Man. Also, wie schaut's aus? Team, wie seid ihr hier? Dann bitte noch mal laut schreit, wenn wir etablieren. Tschö! Wenn ich mich gar nicht habe, ich一下 ziehe, du weißt, was ich hebe. So wie Atemzeichen ohne und einige eigenerverzieher. Ich bin demariere Best intimidating, aber ich nie will die Gaffeng um den Markt sein. Wenn ich mich 不elaunen habe, mit wenn ich vermaut werde. Und ich'll mit direnciaisch hören, wie er mit mir steckt. In dieser Luft verbaut, wenn du mir nachhake masten, einem Computer touristsernond. Alles bleibt nach dir, nehm komplett untersterkt. Der Herzschlag im Blick, an dem jede Hunde seh' Ist doch so leid, ich will hier das Held, wo du blieb'n hör' Und die Tüße weiß man, dass ich mich reingeh'n erhöh' Wenn mich du schwachst, hätt'n pack'l' Oh, die Händler kommt, wie schwach'n' Pelz'gack'l' Ja, gar nicht da, mir noch was anderes mach'l' Als abzuschmack'l' Nur mit Darm's machen der Fake Danke, Mundwerk-Crew, für die Drehgenehmigung und danke für das geile Interview. Ich wünsche euch noch viel Glück auf Heimweiter Weg und viel Spaß morgen bei meinem letzten Konzert. Mammut – Musik, die auffällt